Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir haben heute den 24.12. und ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, habt ein schönes Fest, genießt die Zeit mit eurer Familie und ich mache heute Post auf von Vanessa. Gaming in War und ich habe keine Ahnung, was sie mir da geschickt hat, sie hat mir gesagt, oh sie schickt mir was. Sie hat zwar zu mir gesagt, ich soll eigentlich kein Video machen, ich brauche kein Video machen, aber ich mach halt, du Schwede. Ich mach das trotzdem, darf vorgelesen werden, aber ein Bild bitte nicht zeigen. Hallo liebe Nadja. Oh wie süß. Ja, jetzt weiß ich auch, was sie damit gemeint hat. Ich habe mir gedacht, dass ich dir zur Feier des Tages eine Weihnachtspost sende. Ich hoffe, du freust dich. Da es eine Weihnachtsüberraschung sein sollte, konnte ich dir nichts sagen. Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Mit lieben Grüßen, Vanessa. Gaming in War. Ja, sie hat mir da noch ein Passbild mit beigelegt, das ich aber jetzt nicht zeigen werde. Oh mein Gott. Wie viel kriegt man in einen kleinen Umschlag? Oh, MFG. Okay, wir haben hier nochmal ganz viele verschiedene Sticker. Das ist aber, das ist, okay. Und was ist was Sticker? Ich glaube, die gehören auch dazu. Ja. Das ist das und das. Und das ist auch, warte mal kurz. Das ist Disney. Das ist definitiv Disney. Was ich mich nicht irre, ist das Türkan? Ja. So, dann haben wir das schon mal. Hier sind nochmal Star Wars Karten. Eine hat leider einen kleinen Knick. Macht nichts. Dann haben wir hier Strike Force. Das müsste Rebellion Strike Force Rebel Attack sein, genau. Dann haben wir Star Destroyer. Auch sehr nice. Dann haben wir Taskmaster, Miles Grintz und Stormtrooper. Und dann haben wir Imperialen Schützen. Und dann habe ich hier ja ganz viele Was ist was? Disney. Disney. Aufkleber, 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 Aufkleber. Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Pluto. Pluto. Ganz, 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 ganz viele Aufkleber. Ach so, das drehen wir mal andersrum. Damit man dann auch sieht, was Sache ist. Dann haben wir einen. Den habe ich aber schon. Macht nichts. Das müsste rein theoretisch Bundesliga, Fußball Bundesliga 0910 sein. Dann hat sie mir noch so Zettelchen beigelegt, weil wir nämlich festgestellt haben, wir mögen beide Eulen. Und hier habe ich noch mehr Was ist was? Was ist was? Sticker. Zeige ich auch nur ganz kurz. Ich hoffe mal, das ist fast einer. Ein Zebra. Eine Grasse. Das ist ein Gepard. Ich mag im Übrigen Geparden. Ein Olaf. So viele Sticker, oh Vanessa du bist echt bekloppt, ich weiß gar nicht wohin damit, ich hab doch gar kein Album dafür. Oh mein Gott, huch, huch, huch. So, dann habe ich hier noch Magitex Champions League, ich glaube das sind sogar die von, okay das ist noch ein Aufkleber, der gehört dahin, das ist Sebastian Kehl. Ich weiß jetzt noch nicht, ich glaube das sind die von dieser Saison, oder? Wie höre ich mich da jetzt? Das sind die von letzter Saison. Muss ich mal nachgucken, ich hab davon ja auch welche. Oh, das ist aber ganz viel von Paris. David Luiz, Marco Verratti, Leivin Kurzawa, Thiago Motta, Maxwell, Serge Aurier, der müsste eigentlich Franzose sein, glaube ich, Carlos Garcia, Ezequiel LaVetsy und Marquinhos. So, das war's auch schon wieder. Aber wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, Vanessa dir natürlich auch. Du kriegst auch noch eine Karte von mir, habe ich heute abgeschickt, also die ist dann schon da, wenn das Video kommt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine besinnliche Weihnachtszeit und ich werde das heute bestimmt noch zweimal sagen, weil es kommen da noch ein paar Sachen. Vielleicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß, lasst euch euch beschenken und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace! Tschüss! Tschüss!